Musik Die Musikzeit macht dieses Mal im Eisacktal und in Gröden halt. Denn hier treffen wir Cordes y Boutons. Der Bandname ist ladinisch und bedeutet Seiten und Knöpfe. Und das wiederum sind die wichtigsten Merkmale der Instrumente, die das Trio spielt. Cordes y Boutons, das sind Tamara Gamper aus Latzfons an der Violine, ihre Schwester Reinhilde an der Zitter und David Moroda aus Gröden an der steirischen Harmonika. Allein die Zusammensetzung dieser alpenländischen Instrumente ermöglicht einen musikalischen Spielraum. Und diesen wissen Cordes y Boutons für sich zu nutzen. Wir probieren auch mit ganz, ganz wenig Melodien Klänge aus. Wichtig ist die Spannung, ist das Temperament, das was durchkommt. Und einfach der eigenständige, spezielle Klang von unserem Trio. Wir machen ganz viele Melodien von fernen Ländern, von Irland, von Island, überall. Aber lassen ins Rix, was wir da von Südtirol oben, Alben mit einfließen. Und soll, kann sein, also Volksmusik, Pop, Lieder oder eine echte Volksmusik, was wir vielleicht noch ein bisschen auf unseren Stil nach, also umändern, sozusagen. Wir schauen ganz gern weit aussen, aber wir sind allen wieder gern da oder wir seien da. Aber auf unsere Art und Weise. Cordes y Boutons sind experimentierfreudig. Und ihre Neugier lässt sie eben musikalisch weit über Grenzen blicken. Aber auch Eigenkompositionen finden sich in ihrem Repertoire. Etwa Vivanda, das im Ladinischen für Temperament und Lebensfreude steht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Manchmal kommt eine Melodie, die ich höre und sie klingt so einfach, so simpel und dann spielt man sie und dann merkt man, wie verstrickt das alles eigentlich ist. Aber wie leicht das klingt. Und das ist das Spezielle, was mir voll gefällt. Und dann das Arrangieren ist auch sehr speziell. Jeder bringt seine Ideen hinein, jetzt könnte man das hier ziehen und das hier. Und dann wird es wieder verstrickt, aber es klingt dann wieder ganz unefach. Und dann ist es toll. Also ich war noch nicht so in vielen Orten früher, weil beim Studieren hat man nicht so viel Geld gehabt. Aber jetzt kann ich mir den Wunsch erfüllen und ich fahre ein paar Tage abweg. Meine zweite Hälfte habe ich gefunden in Manuel. Und mit denen zusammenzureisen, wir haben jetzt einen super Weg gefunden, wie wir zwei reisen können. Ist auch nicht alle, man muss einfach zu zweit reisen. Aber wir haben es jetzt so fein bei den Reisen gehabt, dass wir uns brutal freuen auf die nächste Reise. Die Freude am Reisen lässt Tamara also in die Ferne ziehen. Ein weiteres kreatives Hobby allerdings lebt sie zu Hause in ihrer Küche aus. Tamara ist nämlich leidenschaftliche Hobbybäckerin und setzt dabei nicht nur auf leckere Rezepte, sondern auch optisch auf viel Liebe zum Detail. Kuchen machen tue ich brutal gerne und ich mache nie den gleichen Kuchen. Und meine Patenkinder und alle, die wissen schon, jetzt am Geburtstag gibt es einen Kuchen von Tamara. Das Kuchen machen entspannt mich brutal. Es ist eine kreative Arbeit, die ich brutal auch gehe. Und für unseren Kuchen braucht man schon zwei, drei Tage, bis alles zusammen ist. Und natürlich bin ich nicht so eine, die was nach allem so schön nach dem Rezept geht. Ich tue gerne experimentieren, oft gelingt es, oft auch nicht. Aber die Freiheit nehme ich mir oft, dass ich experimentiere. Und nachher kommt wirklich etwas Cooles raus. Und bis man ein gutes Rezept hat, dauert es auch lange. Tamara hat Musik- und Bewegungspädagogik in Wien studiert. Heute unterrichtet sie Elementare Musikpädagogik am Institut für Musikerziehung Südtirol. Für die gebürtige Latzfonserin ist klar, Musik und Bewegung gehören zusammen. Vormittag tue ich vorbereiten, Lieder aussuchen, Stundenbilder schreiben, weil ich halt viele Kinder in der Klasse habe. Und natürlich kann man an allem spontan sein, aber einen Plan muss ich haben. Und nachmittag, so um zwei, fängt der Unterricht an, an 50 Minuten kommen die Kinder zu mir. Und ja, ich habe ein richtiger Freude. Was erfüllt dich auch an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Mich erfüllt in dem Beruf, dass ich einfach, ich kann geben, in den Kindern so viel mitgeben, was Musik eigentlich, Musik ist brutal bei Ereign. Und Musik ist vielseitig und man kann alles mit Musik machen, aber sie geben mir noch gleichzeitig so viel zurück, wenn sie Spaß haben, wenn sie Freude haben, wenn sie, ja, das in die Augen sehen bei den Kindern ist brutale Bestienz. Ihre Erfahrung lässt Tamara auch in Musikprojekte einfließen. Etwa gemeinsam mit ihrer Schwester Rheinhilde. Diese organisiert nämlich regelmäßige Treffen für ihre Zitter-Schülerinnen und Schüler. Und dabei steht nicht nur allein das Zitter-Spielen im Fokus, sondern auch Gesang und Bewegung. Ich unterrichte an der Musikschule in Klausen und Brunegg, eben Almesbach Zitter und dann noch ganz viele junge, engagierte Zitter-Schüler. Und ich setze mich vor allem als an den Punkt, dass wir einmal in Jura Gräser das Projekt machen. Und da treffen wir uns dann Alben und die Raini hat wirklich im musikalischen Paar. Und ich schaue, dass ich Body percussion und Choreografie mit einfließen kann. Und es ist ziemlich viel Arbeit, aber meiner Meinung nach ist das unter dem Strich das, was die Zitter gelebt, was ihr wieder einen Geist gibt, wo sie sehen, nein, ich bin ja nur einer, der das exotische Instrument spielt, sondern wir sind viele, wir sind cool, wir können das sorgen, wir gehen in die Welt raus. Und ja, es ist Almespannend und jedes Jahr etwas Neues. Und das ist toll. Und das ist toll, ja. 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 Wegleit sind dort einen falschen Tritt und für große Wegleit Auf der Bergseit Chemnichtor und auf der Torseit Volschor Auf die Wegmorschmar auch was nichts wird darauf hohr Auf der Bergseit Chemnichtor und auf der Torseit Volschor Auf die Wegmorschmar auch was nichts wird daran glaubt Ob Kindelkornangst ist Leben ist schier Du wärst schon in richtigen in groben Weggier Du wärst schon in richtigen im groben Weggier Was sie heint auf ihren Weg der Hund wohnt mir mit zieh schon Heri Katalmdien Oh nehm Nimm mir Reh Was sie heint auf ihren Weg der Hund von mir mit zieh schon Heri Katalmdien Oh nehm mir rüh mir rüh Oh, kindelkornost, is' Leben is' schier, du wärst schon in richtigen, in grunden Begier, du wärst schon in richtigen, in grunden Begier. In Garn bei Feldurns lebt Rheinhilde Gamper mit ihrer Familie. In ihrem Zuhause finden sich einige Erinnerungen an eine sportliche Vergangenheit. Denn nicht immer hat die Musik allein die erste Geige im Leben von Rheinhilde gespielt. Einige Jahre hat sie sich dem Sportrodeln verschrieben und war damit sehr erfolgreich. Ich liebe die Geschwindigkeit, ich liebe die Herausforderung und ich liebe das Fizzeln, das Stocken, wie ich mich da am schnellsten an bin und welche Technik oder was wende ich nur einfach ans Ziel zu kommen. Und in der Musik ist es eigentlich das Gleiche. Man muss die Technik so gut wie möglich beherrschen, um so wunderschön wie Mädels spielen zu können. Und das habe ich voneinander gelernt. Und ja, das möchte niemand wissen, die Erfahrung gemacht zu haben. Du bist Mama von zwei Töchtern und natürlich nimmt die Familie einen großen Bereich deines Lebens ein. Genauso aber auch die Musik. Wie gelingt dir denn der Balanceakt, Rheinhilde? Also meine Familie ist wunderbar chaotisch, wunderbar super. Die Herausforderung für mich ist oft im Beruf und die Familie zu kombinieren. Und da habe ich ein ganz, ganz tolles Team hinter mir. Da hilft meine Schwester ganz viel mit, meine Mama, aber auch mein Mann. Dass sie einfach sagen, gehe, lebe auch dein musikalisches Leben, weil nachher bist du glücklich. Wie mit den Fegeln, das, was wir uns entsperrt haben. Und dann kann es sich nicht so gut entfalten. Das Gefühl von Freiheit. Etwas, das Rheinhilde auch auf dem Motorrad entdeckt hat. Gemeinsam mit ihrem Mann Michael nutzt sie jede Gelegenheit für eine Spritzgur. Wir haben eine ganz alte Harley und ich sogar eine alte Lady, die ein bisschen zickig unterwegs ist. Hi, das ist sie, die alte Lady. Ja, wir waren Hochzeitsreise in der Flitterwoche neben mir auch mit dem Motorradl. Und so verbindet uns schon ein bisschen das Freiheitsgefühl, das einfach in der Welt unterwegs ist und die Landschaft zu riefen. Und mit dem Motorradl zuvor, auch wenn allein eine Stunde ist, kommt man oft, wenn man vier sagt, jetzt habe ich die Freiheit wieder genossen. Jetzt, ja, jetzt bin ich einfach wieder glücklich. Einen ganz besonderen Glücksmoment erlebt Rheinhilde immer dann, wenn sie mit ihrer Familie in den Hubschrauber steigen kann. Ihr Mann ist nämlich Hubschrauberpilot und es ist ein wahres Highlight, wenn sie gemeinsam in die Lüfte steigen. Ja, der Hubschrauber ist so ein ganz wichtiger Teil von unserem Familienthema, weil ich bin den Weg zum Hubschrauberpiloten mit meinem Mann zusammengegangen. Und ja, er ist viel weg, er ist aber einige Tage da, aber es ist auch immer so sporadisch, auch immer flexibel. Und so müssen wir uns als Familie auch dann umpassen, so wunderschön es ist. Und wenn er von der Tieren Hubschrauberpakt ist, ist es eine Sensation, wo er ja fast Freude und Tränen fließen. Und so müssen wir uns als Familie in den Hubschrauberpakt ist, dass wir uns als Familie in den Hubschrauberpakt ist. Und so müssen wir uns als Familie in den Hubschrauberpakt ist, dass wir uns als Familie in den Hubschrauberpakt ist. Und so müssen wir uns als Familie in den Hubschrauberpakt ist. Und so müssen wir uns als Familie in den Hubschrauberpakt ist. Und so müssen wir uns als Familie in den Hubschrauberpakt ist. Und so müssen wir uns als Familie in den Hubschrauberpakt ist. Und so müssen wir uns als Familie in den Hubschrauberpakt ist. Und so müssen wir uns als Familie in den Hubschrauberpakt ist. Und so müssen wir uns als Familien in der Hubschrauberpakt ist. Und so müssen wir uns als Familie in den Hubschrauberpakt ist. Geil, 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 Geil. Geil, 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 Geil. Geil, 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 Geil. Geil, 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 Geil. und der Kapellmester war ich auch sechs Jahre lang und was das Wertvollste ist vielleicht ist einfach, dass man mit vielen Leuten in Kontakt kommt und mit vielen Leuten zu tun hat und verschiedene Momente erlebt und ja. Eine Formation mit der du auch regelmässig unterwegs bist, hast du auch Tanzmusik, die Kraxen, vor Ort nimmst du ein bisschen mehr darüber. Mit den Kraxen spielen wir vor allem auch auswendige Stücke, also überlieferte Volksmusik, aus dem Schlehrengebiet das meiste, aber auch ein bisschen neue Tanzmusik-Sachen und das ist mir auch wichtig, also wir Cordes Ibutton anzentrieren wir einfach mehr in solche Sachen oder was wir Lust haben zu spielen und mit der Tanzmusik schaut man vielleicht auch ein bisschen die Tradition aufrecht zu erhalten, schon die Musikstücke auch ein bisschen anders zu arrangieren jetzt, aber jetzt nicht unbedingt total die Form oder die Melodie zu verändern, das tun wir nicht. Also einfach schauen, dass die Musik lebendig bleibt. Im Sommer ist David vielfach auf den Feldern seines Heimatthales anzutreffen. Er ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und bis heute gehört die Heuarbeit für ihn einfach dazu. Seit Jahren habe ich den Heu mal geholfen, jetzt seit ein paar Jahren hat der Bruder den Hof übernommen und die Teer vor allem da weiterhelfen. Der Hof selber ist jetzt nicht so groß, aber durch den das in Greden nicht mehr so viele Bauern sein, werden die aufgelassenen Hilfe von Deport Baum noch gemeint. Und ja, ich finde es halt schon wichtig auch, dass Deport Baum, was sie noch sein, noch überleben können und unsere Landschaft noch weiter pflegen und deswegen durch dem, dass ich mit ihnen auch gewachsen bin, das ist einfach schon ein wichtiger Teil von meinem Leben. Was bedeutet es dir mit Cordes Iboutins unterwegs zu sein? Was motiviert dich auch ein Teil zu sein von der Formation? Ja, was eben ganz schön ist bei unserer Gruppe, dass wir einfach so mit den Jahren ganz ungezwungen zusammengewachsen sind. Und eben durch den, dass wir uns ganz gut verstehen, ist es auch schön mit nah zu proben, weil eigentlich entstehen die ein Stückchen Senf. Auch wenn man etwas selber schreibt, das kann ich allein neurologisch nie so umsetzen daheim wie in der Probe. Das nimmst du noch mit und da tut mir jeder seinen Senf dazu. Und es werden allein immer schöner. Und das ist eigentlich eben speziell und dadurch, dass wir eben allen unsere Meinung auch sagen dürfen. Wir haben jetzt keinen Bandleader. Es hat jeder, also wir sind wie die direkte Demokratie. Da kann jeder einfach die, hat jeder die Freiheit einfach seine Meinung zu sagen. Und das darf und das soll da gemeinsam wachsen, weil da fühlt sich jeder mit der Musik verbunden. Im Repertoire von Cordes Iboutins findet sich auch das Wiegenlied Nina Nanna Ladina, ein Werk des Gröthner Opernsängers und Komponisten Vincenz Maria Demetz. Er lebte in Island, war dort als Gesangslehrer tätig und in der klassischen Musikwelt der Insel eine angesehene Persönlichkeit. Komponisten Vincenz Maria Demetz Komponisten Vincenz Maria Demetz Gansari mir Fantoin Lobatana nalückelassoke Medogunmilsokosch und deserti Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich tanze und tanze und trau mich um mich um La 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 Golden, herrcher, steil, bergauf, i will halt mit mit mir. I danz und danz und trah mi um mi um, i danz und trah mi und herr wo nimmer au. I danz und danz und trah mi um mi um, i danz und trah mi, mein Herz in mir geht au. La 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 Musik Pläne Schmiedener Ziele reichen, schnell und schnell, nicht zu stiller stehen allm mier und oldm herrer, ich will heutest wie dir, ich tanz und tanz und traue mir leilumum, ich tanz und tanz und traue mir leilumum, ich tanz und tanz und traue mir leilumum, La 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 Untertitelung des ZDF, 2020